Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Hallo zusammen. Heute mal die Beauty, wie heißt die? Die Beauty. Barbara Box. Beauty Love. Nein, das ist nicht die Beauty Love Box, das ist die Barbara Box. Barbara Box. Also Leute, nur mal so zerimpfen und nicht wundern, wir befinden uns ja gerade wahrscheinlich am Strand. Oder am Pool. Oder am Pool. Vielleicht machen wir auch gerade einen Ausflug mit dem Schiff. Genau, oder beim Schnorcheln. Oder beim Shoppen. Aber dank YouTube-Voreinstellung kann man Videos hochladen und die dann irgendwann per Zeitangabe online stellen. Genau. Wir sind zwar schon ein bisschen gebräunt, aber das ist nur, weil wir auf der Sonnenbank waren, um unsere Haut schon mal so ein bisschen dran zu gewöhnen. Naja, das ist aber wohl auch, manche sagen, nee, das bringt nichts, man kriegt trotzdem einen Sonnenbrand. Lassen Sie uns mal überraschen. Weil aktuell immer noch an die 30 Grad in dem Urlaubsgebiet sind. Ja. Wir fliegen quasi in den Sommer zurück. Also habt ihr ja am Video, aus dem Video am Mittwoch gesehen. Stimmt, das wisst ihr ja schon. Und online gestellt haben. Ihr seid ja schon schlauer als wir gerade aktuell. So, mal gucken. Barbara Box. Die müssen so komisch kippen. Ja, es ist eigentlich beim Kippen. Und eine Zeitschrift. Oh, eine Kloleklektüre. Oder eine Flugzeuglektüre. Die sieht ja geil aus. Ja. Und zwar haben wir hier einmal das Barbara Magazin, die Nummer 60. Beauty Love Adventskalender. Werd gerne liest. Und wieder ein HelloFresh-Gutle. Ich bin immer noch nicht so der Zeitschriftenleser. Der so der Zeitschriftenblätter und dann fertig. E-Paperall oder so, das ist dann eher schon so. Nee, auch nicht. Dann hast du Nachrichten am Ende. Ja, ich lese dann eher Bücher. Schon in Weisgalben? Wollt ich auch machen? Und eine Fugel. Ich mach auf. Die hat eine schöne Farbe. Eine schöne Flüge, ne? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Weil bei der Barbara Box, da weiß man ja nie, was einen erwartet. Oh, ich sehe schon was, was wir mit in den Urlaub nehmen können. Da ist aber schon alles. Ach ja, da ist aber einiges drin. Okay. Ein Koffer voller Schönheiten. Eine Leseprobe. Unser Kennenlern-Spezial für dich. Ja, brauchen wir ja nicht, ne? Wir kennen die Box hier. Also wir kennen die allgemeine Box. Das war jetzt, äh... Ja, das ist hier, wo du Prozente und sowas bekommen kannst. Und das ist die Lektüre. Und dann fangen wir direkt an. Willst du anfangen? Fall in love. Fall in love. Fall in love. Ich fang an, okay. Ich fühle mich schon langsam ganz schlecht, weil ich ihn immer korrigiere. Paar richtig geile Socken. Socken kann man nicht mal hier brauchen. Oh, ich fühle mich ganz komisch an. Oh, guck mal. Größe 36 bis 41. Du hast... Ich habe 38,5. Ja, passt. Das ist eine scheiß Größe. Aber, aber passt. Die passen. Aber das ist eine scheiß Größe, weil... Wann gibt es mal diese halben Schuhgrößen? Das stimmt. Selten. So, dann probiert man 38 an. Weil, bei mir lang gibt es die auch. Dann musst du immer anprobieren, entweder 38 oder 39. Weil ich hole mir immer 44... Oh, das reicht denn. 44,2 Drittel. Tja, Preis drauf. Ja. Belgien. Ah, 12 Euro. 12 Euro kosten die. Wow. 12 Euro. Haben wir die schon nahe gezeigt. Wir haben so Goldglitzer mit drin. Rosa mit Goldglitzer. Ja, kann ich mir vorstellen. Ziehe ich auf jeden Fall an. Von Burlington. Von Burlington. Von Burlington hatte ich noch nie so. So, nächste. Ich nehme einfach mal das hier. Was haben wir denn hier? Sankt Moritz Professionell. Selbstbräunungsgesichtsspray. Selbstbräunungsgesichtsspray. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall nicht im Urlaub. Nein, brauchen wir jetzt im Urlaub gerade nicht. Da kann man nämlich ganz schlecht sehen, weil die so durfsichtig ist. Aber passend zur Winterzeit ist es definitiv. Licht und erfrischend. Leicht und erfrischend. Licht und erfrischend. Ich glaube, ich nehme mal so einen Lesekurs oder so. Du musst einfach mal die richtigen Buchstaben lesen. Ich muss nicht so schnell lesen. So, dann nehmen wir hier direkt zwei Sachen. Ich glaube, von dem habe ich mal ein Shampoo. Oh, Keratin-Shampoo. Oh, geil. Das ist sehr gut. Und Conditioner. 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 Das ist sehr gut. Ich habe aktuell brüchige Haare. Ich war allerdings letztens in einem Laden drin für Shampoos. Also quasi Haarbedarf. Ja. Habe mich beraten lassen. Und dann habe ich jetzt gerade Olaplex. Aktuell werde ich es auch weiter benutzen. Aber wenn ich damit durch bin. Wobei ich habe mal was gehört, wenn man Olaplex benutzt, soll man keine Keratinprodukte benutzen. Ja, sondern nicht die. Hast du brüchiges, ja? Immer. Also ich werde die mir auf jeden Fall aufbewahren. 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 Weil, finde ich echt super. Jetzt zeige ich es euch aber auch mal, ne? Habe ich ja noch ja nicht. Einmal das Shampoo, nochmal der Conditioner. Also finde ich super. Ja. Mega. Mega, mega. Kennt ihr die? Also mein New Hair. Ja, kennen wir. Haben wir ja auch schon mal zwei Shampoos von. Ja, stimmt. Eins haben wir unter dem Waschbecken stehen. Was auch in so einer Flasche ist. Ja, ja. Das ist mein Shampoo. Was immer schütteln muss, weil da so ein schwarzes Zeug drin ist. Muss ich nämlich immer schütteln. Sonst hast du nämlich nur irgendwie so ein weißes Zeug ohne das schwarze. Das heißt, dass du das schwarze nach unten absetzt. Ja. Hat denn jemand schon mal hier dieses Keratin Shampoo ausgetestet und kann was dazu sagen. Und genauso den Conditioner. Würde mich mal interessieren. Würde mich sehr, sehr interessieren. Oh, jetzt haben wir was Süßes. Babys. Oh, geil. Zwei Stück sogar, ne? Stimmt, zwei. Ha! Geil. Was zum Trinken. In so einem Red, wie heißt das? Chip, Chipcake. Red Velvet Cupcake. Hot Schokolade. Ne. Hot Schokolade. Das ist eine Anleitung. Ach, das ist bestimmt aus dieser Schokolade, diese, diese, diese rosa Schokolade, die so berig schmeckt. Hier in so einem Reagenzglas. Das sieht cool aus. Raus nehmen. Ne, weißt du, was ich meine? Da gibt es doch diese rote Schokolade, die von Natur aus so ist. Weiß nicht. Du konntest du es nicht sagen. Aber ich komm gerade nicht drauf. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwas mit Velvet. Auf jeden Fall schmeckt die berig. So berig, erdbeermäßig. Das hast du ja schon gezeigt, ne? Und schmeckt eigentlich ganz gut. Oh, da ist was drin, was ich nicht so gerne mag. Kann man mal verschwenden. Stimmt, Weihnachtszeit kommt. Weihnachtszeit. Mach ich mal das nächste. Hyaluron, Agave, Hanföl. Hanf, geil. Gesichtscreme, reichhaltig, Feuchtigkeitspflege. Das ist gut. Beauty Love, Naturkosmetik. Aha. Komm, dann prüfen wir den Dreck mal aus. Das ist dann furchtig gut. Hyaluron ist ja auch für die Falten, oder? Ja, klar. Da kennen wir ja immer mein Gesicht ein. Vielleicht hab ich so eine neue Gesichtscreme. Dein Schrank ist ja auch nicht voll. Nein. Sollen wir sie aufmachen? Dann ist es halt nicht mehr lange haltbar. Da ist halt die Frage, sollen wir nicht erst mal die Sachen benutzen, die wir haben? Stimmt. So kannst du die auch mit in den Urlaub nehmen. Dann kannst du die auch machen, benutze die im Urlaub. Wir sind doch schon im Urlaub. Ja, aber jetzt gerade müssen wir das aufnehmen noch nicht. Doch ist die Frage, was nehmen wir alles mit im Urlaub? Packung, was hast du gezeigt, ne? Yep. Ups. Ups. Fräulein B. Face? Ein Cognac Face Sponge. Cognac? Ja gut, kennt jeder, ne? Das ist ein Schwamm, oder? Ja, ja. Das ist so ein Sponge. Also ein Schwamm. Den hältst du unter Wasser, dann wird der weich. Das ist ein Thema, kennt jeder. Ich zum Beispiel nicht. Gerade ist der noch ganz hart. Ach, der ist so auf. Ah, ja. Haben wir auch noch. Haben wir auch noch im Schrank. Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Eingepackt. Man kann eine Meinung haben, was Kleines. Geen. Jean D'Arcel. Jean D'Arcel. Serum. D'Ascan, keine Ahnung. Was ist denn das für ein Serum? Ne, D'Ascan nicht, ne? D'Ascan. Experte Beauty Glow. Serum. Instant Glow Serum. Ist auch immer zu warten. Ich bin ein Mann. Ist halt ein Serum. Aber für was? Wird Feuchtigkeit geben. Die meisten Seren. Ich gucke. Haut perfektionierendes Serum. Ich gucke mal nicht in ein kleines Heftchen. Das bin ich hier. Ne. Ja, das wird halt ein Serum sein. Ich glaube, das ist nur eine Balllage. Dass ihr Feuchtigkeit gibt und halt ein Glow gibt. Licht reflektierendes Serum zur optischen Verbesserung. Kleiner Unebenheiten für eine frische, gleichmäßige Tarn. Ich glaube, hier sind so Falten, ne? Und dann brauchst du einen Faltenfüller. Vielleicht noch ein Spachteln und Spachteln. Ja, das benutzen manche auch. Oh, ein Parfum. Ein Parfum. Ich mache das, du machst das. Also, von Carlin. Femme Florale. Femme Florale. Was haben wir denn hier stehen? Vanille, Patchouli, Orange Blossom. Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Gucken wir mal rein. 60 Milliliter. Französisch. Unsiderstehliche, französische Glickernis. Also, wenn das gut riecht, dann ist das geil. Auf vom Preis, ja. Also, weil günstiges Verfür... Aber 5,99. Aber das muss nicht. Scheiße. Nee, nee. Man hat ja nur Probleme, die Verpackung aufzukriegen. Aber günstig heißt ja nicht gleich, dass es schlecht ist. Genau so ist es. Es gibt ja auch günstige Sachen, die total gut sind. Zum Beispiel hier. Ich schwöre, ich benutze ja auch mal die Nagellacke, die ich immer benutze. Die sind, das ist eine Billig-DM, ist eine Billig-Marke vom DM. Also, nee, also ist nicht vom DM eine Marke, aber gibt es beim DM? Ja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ach, boah. Du kriegst gut. Ja. Ich überlege gerade noch. Du musst mir gerade, ich hab gerade so ein bisschen niesen. Du hast sie in die Nase bekommen. Hast du, hast du... Also, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich ziehe da weg. Ja. So, jetzt haben wir mal... Also, ganz ehrlich, für 5,99 riecht das richtig gut. Für 5,99. Da habe ich schon Teureres erlebt, was nicht so gut riecht. Stimmt. Moncherie. Das letzte Produkt. Moncherie. Pirmontkirsche. Es essen jetzt beide jetzt nicht so gerne. Aber kann man verschenken. Top. Ja. Ja. Ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn man so eine Box hat und da ist was drin, was man selber nicht so gut findet, verschenkt man es halt. Fertig oder was, ne? Wie jetzt hier am Moncherie. Ist halt einfach Geschmackssache. Mag nicht jeder. Aber meine Güte. Mit den Schnipseln sparen sie jetzt auch. Finde ich jetzt allerdings nicht schlimm. Guck mal. Ich brauche noch Schnipseln. Wir müssen gerade mal aufgefahren. Aber finde ich nicht so schlimm. An den Socken, die wir haben. Was denn? Abgebildeten sind hier. Das ist ja nicht schlimm. Ne, ich meine nur. Schauen wir mal die hier. Die kosten das gleiche. Kosten das gleiche. Die werden bestimmt verschiedene Socken da gehabt haben farblich und wir haben jetzt die erwischt. Genau so ist das. Meine Güte sind Säbten. Sind halt Socken. Man sieht man eh nicht, wenn man die Schuhe dran hat oder Schuhe anhat. Schuhe dran anhat. Wenn man die Schuhe anhat. Ja. Also. Ja, also wie fandest du die Box? Gut. Ich fand die auch gut. Die war echt gut. Muss ich sagen. Also Socken kann man hier brauchen. Das würde ich sagen, trinken wir uns morgen Abend. Morgen, ja bestimmt. Morgen sind wir ja noch hier. Der letzte Abend hier. Ja. Trinken wir uns das mal. Ja, dann sind wir uns. Ja, vermutlich. Aber wir tun es dann in den Kühlschrank vorher. Dann ist es schön kühl. Aber ich hoffe, das endet jetzt nicht so wie die Sektflasche, die jetzt schon seit Monaten bei uns im Kühlschrank ist. Wir haben einen Kühlschrank getan. Trinken wir heute Abend. Man muss dabei sagen. Das ist jetzt schon zwei, drei Monate her. Ja, das ist immer noch. Wir sind nicht so die Alkoholtrinker. Ja, wir trinken ganz selten. Ganz selten. Ganz selten. Also unser Schrank ist voll mit Alkohol. Ja. Durch die ganzen Boxen. Aber irgendwie. Können wir mal eine Alkoholverlosung machen. Wir denken da auch nicht. Selbst wenn wir was im Kühlschrank stellen, denken wir nicht daran. Ja, ja, ja. Wir haben ja auch noch da so Bierdosen und sowas. Ja, ja. Cider. Ich mag ja gerne Cider. Ich stehe schon seit zwei Monaten mit Kühlschrank. Ja. Eiskalt was. Eiskalt. Also in diesem Sinne. Das ist auf jeden Fall gut gefühlt. Wenn ihr das Video, was sagst du immer? Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Und wenn ihr einen Abo da lassen. Einen Kommentar da lassen. Ah ja, Kommentar. Kommentar ist auch nicht schlecht. Ja. Wenn ihr ein Abo da gelassen habt, könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Genau. In diesem Sinne sehen wir uns, denke ich, erstmal in einer knappen Woche. Nach unserem Urlaub. Weil während des Urlaubsanboxen, das geht schlecht. Genau. Videos hochladen vom Urlaub geht auch schlecht. Wenn ihr Lust habt, wir haben ja einen Instagram-Kanal. Stimmt. Blogger Massil. Da werden wir uns ab und an auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Natürlich nicht direkt, weil wir müssen erstmal eine SIM-Karte da holen. Weil wir sind außerhalb von Europas. Ja. Dann holen wir uns da eine SIM-Karte. Und dann sehen wir weiter. Genau. Aber zum Videos hochladen wird das nicht reichen. Wir fahren ja auch in Urlaub, nicht zum Videos hochzuladen. Genau so ist das. Man will ja auch ein bisschen in den Urlaub gehen. Ich meine gut, das macht natürlich auch Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Ja. Wir nehmen alles mit, Kamera. Von daher wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Genau. Bis denn. Tschüss. Jetzt habe ich mal so ein Auge. Ach, tschüss. Okay. Ich dachte jetzt zehn Stunden später. Tschüss.